Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zu Battlemages, Sign of Darkness. Und ja, unsere Aufträge sind verschwunden, mal wieder. Können wir aber mitleben, weil wir haben ja nicht viel zu tun. Das Problem ist, wir haben auch unsere Städte mal wieder verloren. Ein bisschen nervig ist und dann ist das schon irgendwie. So, zurück zu unserer Armee und dann gehen wir noch über den Fluss zum menschlichen Außenposten. Also zum imperialen Außenposten, denn mit dem sind wir auch verbündet. So, jetzt sollen wir in die Wüstenregion hier unten gehen. Und da etwas suchen, um die Königin zu beeindrucken. Das ist jedenfalls C's großer Plan. Das war auch eigentlich der Grund, warum ich die Wüste da in Ruhe gelassen habe, größtenteils. Also ja, ich habe ein paar von meinen Untoten dort verheizt, aber das war es auch schon. Also die Untoten, die ich angefangen habe zu kontrollieren. Wir müssen halt uns um die Phantomhöhle kümmern. Und die beiden Sachen hier. Mehr ist das nicht. As you please. Und ja, wenn ich mir meine Erfahrungspunkte so angucke, sind wir bald wieder vor einem Level ab. Am besten wieder auf Wissen. Einfach, dass wir mehr Mana haben. Weil wie gesagt, Diplomatie und Kampffähigkeit brauchen wir nicht so dringend. Vor allem nicht in der letzten Mission. As you please. Das brauchen wir dann eher in der nächsten Kampagne. As you please. Okay, die kommen uns schon wieder entgegengelaufen. It's important to play, to make a sound. Da ist du nicht noch nicht so viel gespawnt. Okay, töten wir den Akolyten und übernehmen noch mehr Untote. So, wir sind in der Halle. Das wurde nur noch ein Rumpf. Ach, töten wir den einfach. Oder übernehmen ihn jetzt. So, damit ist die Halle der gehenden Toten geleert. Und wir können hier die Gegner platt machen. Mit unseren Untoten. Werder Lumpf. Werder Lumpf. ... 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 Bisschen buffen und weiter auf die Kartonkriege einhauen, bis sie tot sind. So, dann greifen wir mal die Geister an. Das sollte allerdings auch die restlichen Gegner hier rauslocken, blöderweise. Irgendwas kriegen wir nach und nach tot. Bisschen buffen! Bisschen buffen! Bisschen buffen! Bisschen buffen! Bisschen buffen! Bisschen buffen! Ja und jetzt gehen uns langsam die Untoten und damit die Booster aus. Bisschen buffen! 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 Was? 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 Oh, ein antikes Tierheim. Your order is clear. So, ihr steht hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dieses Diadem wäre ein perfektes Geschenk. Ich werde es münd in mein Labor nehmen. Yes, your instructions. Yes, my lord. Your order is clear. Yes, it's important not to make a sound. As you please. So, jetzt müssen wir das Diadem ins Labor bringen. Yes? Yes? This works better than I do. Although he is already dead. We await our instructions. You have convinced me. Fall in. Your order is clear. So. Euch schicke ich mal zurück. Und euch kann ich eigentlich gleich zum Anfang von dem hier schicken. Ah, das Diadem. Ah, das Diadem. Yes? So. It's important not to make a sound. Yes? 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 So. 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 . So. 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 Eine ziemlich naive Elfenkönigin, so wie sie zieh aus der Hand frisst. Und ja, die Katze braucht wieder ein bisschen. I beg your pardon. What were you saying? Stop playing with words, Greenspawn! Give us the piece of the crystal, or the guild will burn your forests to the ground! How dare you insult me! We have been far too patient with you. Humans will not beg elves anymore! We'll use force instead! Your days are numbered! Out with you! You are going to regret this! I didn't expect the black will to have such an effect. I couldn't have hoped for anything better. That's... We're not going to regret this! We'll start with you next time. Vielen Dank.